Jo Freunde, ich bin aktuell Level 157 und ich habe heute mal wieder eine komplett neue Map für euch mit am Start, wie ihr auch schneller leveln könnt in der neuen Fortnite Season. Das Ganze nennt sich hier Fall Guys Infinite Coin One und da seht ihr auch den Inselcode. Wie kommt ihr jetzt da drauf? Ganz einfach, da geht ihr über die Suche hier und dann gebt ihr oben den Inselcode einfach ein. Das Ganze ist hier die 4, 6, 7, 4, dann 4, 7, 5, 3 und 2, 5, 4, 9. So, das gibt ihr einfach hier ein und dann kommt ihr direkt drauf, Fall Guys Infinite Coin One und dort geht ihr hier auf Auswählen. Gerne auch hier schon mal favorisieren, damit ihr das Ganze später auch gut wiederfindet. Wir gehen jetzt mal auf Spielen hier, im privaten Match mache ich das Ganze, ihr könnt es auch öffentlich machen, deswegen die Maps noch ein bisschen neu, da könnt ihr auch mit Freunden spielen, bisschen Spaß haben, paar Obstacles sind drin, ich zeige euch das Ganze aber, wie das jetzt funktioniert. Denn wahrscheinlich kennt ihr ja von mir die Rainbow One Map und das ist ähnlich aufgebaut und dort kriegt ihr auch extrem viele XP, ich zeige die total oft und damit habe ich auch super schnell gelevelt. Und ja, die neue Map hier mit Fall Guys ist ähnlich aufgebaut, aber ihr seht das jetzt, wie das Ganze funktioniert. Wir warten kurz, bis wir reinkommen und dann zeige ich euch, was wir machen müssen, ist nämlich auch wieder super, super einfach. So, erstmal gibt es einen 60-Sekunden-Timer, den könnt ihr theoretisch warten, ob noch andere Leute reinkommen, ihr könnt aber auch direkt auf Starten drücken. Dann startet die Map und ihr startet hier einfach vorne im Spiel, 3, 2, 1, go und dann sieht das Ganze so aus. Ihr seht schon, links sind ein paar Coins, hier hüpfe ich einfach ein bisschen rum, das macht auch ein bisschen Sounds, habe ich aber gerade ausgestellt. Auf den Dingern könnt ihr drauf rumhüpfen hier, zack und dann könnt ihr einfach hier Coins einsammeln. So, linke Seite kommt ein paar, immer 5, dann kommt rechte Seite 5 und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt keine XP seht, ist das nicht schlimm, weil aktuell befindet sich die Map, weil die ja komplett neu ist, in der Kalibrierung. Die XP bekommt ihr natürlich nachträglich und in der Regel ist es so, solange die in der Kalibrierung ist, könnt ihr quasi ohne Limit das Ganze fahren. Dass ihr auch über 400.000, 500.000 XP einfach fahren könnt, die ihr dann nachträglich gutgeschrieben bekommt. Was könnt ihr jetzt machen, ähnlich wie bei einer Rainbow One Map, ihr macht einfach hier automatisches Laufen an. Zack, ihr seht unten, automatisches Laufen ist an und dann laufe ich hier automatisch einer Seite rum. So sammle ich natürlich nicht beide Seiten Coins ein, aber so kann ich das Ganze auch AFK machen. Und das war mehr auf der alten Rainbow One Map, die natürlich immer noch funktioniert. Wichtig, das habe ich auch auf der neuen mit reingebracht. Theoretisch könnt ihr das jetzt so durchlaufen lassen. Mein Tipp für euch, alle 15 Minuten einmal den Stick bewegen, dass das Ganze weiterläuft und das auch eigentlich zu der Map. Also XP gibt es natürlich nachträglich, falls ihr schon welche seht bei euch, kein Problem, dann funktioniert alles wie neu oder wie normal. Super, dass ihr die einsammeln könnt, dann direkt schon. Ansonsten für jeden anderen, die gibt es natürlich nachträglich gutgeschrieben. Ihr kennt meine Maps, wie das Ganze funktioniert. Und ja, das auch auf jeden Fall zu der Map. Wenn es euch gefällt, sehr, sehr gerne hier auf favorisieren und auf empfehlen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das drückt hier. Und dann würde ich sagen, war es das mit der Map. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge noch habt. Würde mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.